Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 12. Mai. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-Themen für euch vorbereitet. Es geht um die USA, Vodafone, Snapchat, Netflix, Windows 10, Acer, HP Notebooks, iTunes und die Sims Mobile. Wir beginnen bei den USA. Gut, da gibt es ja leise seit einigen News, die mehr oder weniger lustig sind. Momentan gibt es eine neue News, die auch uns aus Europa betreffen könnte direkt. Und zwar geht es um die sogenannten Electronics-Ban. Im Endeffekt geht es darum, dass in den USA oder halt bei Flügen in die USA von manchen Ausgangsflughäfen aus elektronische Geräte, die größer sind, als ein Smartphone, verboten wurden. Jetzt sieht es so aus, als würde dieses Verbot auch weiter ausgeweitet werden, heißt, dass es auch Flüge aus Europa betreffen könnte. Genaure Details gibt es noch nicht, die soll es aber Ende dieser Woche wahrscheinlich Richtung Wochenende geben. Vielleicht gibt es auch schon am heutigen Tag ein paar neue News dazu. Die große Frage wird halt vor allem sein, welche Abflughäfen davon betroffen sind und wie das Ganze begründet wird. Bisher betrifft es vor allem arabische Staaten. Da ist es halt so diese übliche, ja, ich sag mal Terrorismus-Keile, die man hier schwingt. Wie das dann mit Europa begründet wird, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, auf der anderen Seite ist das ganze Thema natürlich generell sehr kritisch. Viele Sicherheitsexperten sehen es als eher bedenklich, wenn dann quasi im Gepäckraum all diese Geräte aufgestaut werden. Im Endeffekt gäbe es dann ja dort quasi wesentlich mehr Akkus auf wesentlich kleineren Raum. Da wäre die Chance nach einem Unfall oder einer Entzündung quasi wesentlich größer. Wir kommen zu Vodafone und Vodafone will bereits ab 12. Mai, also im Endeffekt ab heute, neue LTE-Geschwindigkeiten anbieten. Bis zu 500 Megabit die Sekunde sollen erreicht werden. Da gibt es einige Vorbedingungen heraus. Einerseits einmal, was Tarife betrifft, andererseits auch, was Smartphones betrifft. Da sind im Endeffekt nur drei Geräte, die das können. Das Xperia XZ, das S8 und das S8+. Auf der anderen Seite, ja, diese entsprechenden Sendemasten gibt es auch nicht in allen Städten. Momentan dabei wären Dortmund, Erfurt, Düsseldorf, Dresden, Koswick, Mannheim und Stuttgart. Bis zu 30 weitere Städte sollen im Laufe des Jahres aber folgen. Wir kommen zu Snapchat und da gibt es eher negative Quartalszahlen zu berichten. Die haben nachbörslich, nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen, ein Fünftel des quasi Aktienwerts mal eingebüßt. Dementsprechend, ja. 22% runter, die Aktie lansierte kurzfristig auf 17,88 Dollar. Mit 17 Dollar war der Ausgabepreis insofern. Man liegt ja immer noch höher als zum Ausgabepreis, aber den Höhenflug, der ist vorerst mal beendet. Trotz allem bei solchen Börsengängen ja nicht unbedingt etwas Seltenes. Bleibt dann abzuwarten, wie sich die Aktie dann weiterhin entwickelt eigentlich. Wir kommen zu Netflix und da habe ich gleich zwei News für euch. Zum einen plant man für heuer noch zwei neue Originalserien aus Europa. Auf der anderen Seite sollen aber generell wesentlich mehr dieser Serien und europäischen Produktionen kommen. Netflix möchte hierzu 400 Stellen in Europa neu besetzen, also auch gut für unseren Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite auch noch zu Netflix eben. Netflix bietet ja mittlerweile Inhalt in HDR und mit Dolby Vision an. Smartphones gibt es mittlerweile auch, die das Ganze unterstützen. Vorneweg das LG G6, das ist aktuell auch das einzige Gerät leider. Trotz allem mit der aktuellen App auf einem derartigen Handy könnt ihr diese Inhalte schon in dieser Qualität genießen. Wir kommen zu Windows und dort läuft ja immer noch die Builds 2017. Die hauseigene Messe oder die Entwicklerkonferenz mehr oder minder von Microsoft. Und heute wurde ja bekannt gegeben, wie es mit Windows 10 weitergeht. Im Herbst kommt ein weiteres Creators Update, das dann auch den kreativen Namen Fall Creators Update trägt. Die Features, die das Ganze hat, sind schon wesentlich spannender. Zum Beispiel ein Universal Clipboard. Das soll auch mit anderen Geräten und Betriebssystemen funktionieren. Die eigene Smartphone-Marke ist ja dann nicht mehr so stark aktuell. Also zum Beispiel auch mit iOS. Auf der anderen Seite kommt so ein Feature, das man so ähnlich von Apple-Geräten auch kennt, so eine Art Continuity. Heißt, wenn ich eine Arbeit oder ein Fenster von mir aus auch nur auf einem Windows 10-Gerät öffne und dann mit einem anderen Windows 10-Gerät weiter fortfahren möchte, kann ich das direkt tun und mir quasi diesen Status so hineinholen. Ebenfalls auf der Build angekündigt wurden neue Mixed-Reality-Headsets. Dass man generell sehr stark in diese Richtung gehen mag, ist ja nichts Neues. Das Gerät von Acer, das da entwickelt wird, wurde heute aber mehr oder minder präsentiert. Sehen könnte man es nicht, aber es gab mal die ersten vernünftigen Bilder dazu. Das Ganze bekommt einen sehr beeindruckenden 6D-Controller und soll für 400 US-Dollar bereits in den Handel gehen. Technisch ist das Ganze auch sehr, sehr beeindruckend und liegt da teilweise deutlich über dem, was andere Headsets bieten, die wesentlich teurer sind, wohlgegeben noch dazu. Im Endeffekt werden zwei Displays mit 1440x1440 Pixel versorgt und die Refresh-Rate dieser Displays liegt bei 90 Hertz. Sehr, sehr beeindruckend, das Ganze. Wir kommen zu weniger erfreulichen News von HP. HP hat auf einigen ihrer Geräte so eine Sicherheitsfirma zumindestens mehr oder minder einen Keylogger installiert. Bedeutet, alle Aufzeichnungen, die er quasi mit der Radistatur macht, werden von dem Gerät mitgespeichert. Der Audio-Treiber legt dazu eine eigene Log-Datei an. Wer jetzt allerdings große Angst um seine Sicherheit hat, der Vorteil ist, Remote-Zugriff dürfte dann nicht reichen. Wenn euch quasi jemand von eurem HP-Laptop diese Log-Datei auslesen möchte, braucht ihr auf jeden Fall immer noch Zugriff auf euer Gerät tatsächlich. Von daher, es war eine ärgerliche Sache und ich bin gespannt, wie HP reagiert. Es soll bei Notebooks der Serien EliteBook, ProBook, EliteX2 und ZBook auftauchen. Also gerade den sehr teuren Geräten, die auf dem Business-Bereich ausgelegt sind. Auf der anderen Seite, allzu unsicher sind die Daten jetzt wahrscheinlich nicht, aber trotz allem eine Frechheit. Wir kommen zu Apple, bleiben aber eben direkt auch so ein bisschen immer noch bei Windows. Da wurde ja letzte Woche Windows 10 S angekündigt. Der Hauptnachteil von Windows 10 S ist, dass nur Apps installiert werden können, die direkt im Store sind. Direkt bei der Ankündigung hieß es ja dann gleich, Spotify kommt in den Store, damit das entsprechend auch auf Windows 10 S läuft. Heute hat man einen eher überraschenden Partner bekannt gegeben. Apple wird iTunes dann auch im Windows Store anbieten. Dementsprechend ist auch iTunes der Weg geebnet für Windows 10 S. Zuletzt eine kleine Game News, die wir sicher sehr, sehr viele freuen, darum bringe ich sie jetzt doch auch mal hier in der Daily. Electronic Arts und Maxis haben heute die Sims Mobile vorgestellt. Soll in den nächsten Wochen für iOS und für Android erscheinen, wird ein kostenloses Spiel sein. Im Endeffekt knüpft man die Smartphone-Tradition von die Sims fort. Da gab es ja schon Sims Freeplay und Sims Social. Das neue Spiel soll ja eigentlich sehr groß sein und soll im Endeffekt die Möglichkeit bieten, eure Familie über mehrere Generationen hinweg sogar zu begleiten. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, in Brasilien ist es sogar schon gestartet. In den nächsten Tagen und Wochen wird es dann sicherlich auch in anderen Ländern und auf allen Plattformen verfügbar sein. Das heißt, es wird jetzt relativ schnell gehen, bis das Ganze veröffentlicht wird. Ja, schnell gehen wird es auch, bis ihr den nächsten Geek Talk Daily hört. Zwar nicht so schnell wie sonst, wir haben jetzt Wochenende. Aber ab der nächsten Woche ist dann der Martin wieder für euch da. Ich bedanke mich für die Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Bis bald, schönes Wochenende und ciao. Hört mehr Geek Talk.